Du erlöst ein Pfeil. Das ist einfach krass wie Drop. Oh nein. Komm Schätzchen. Oh, ist das der Mücken. Toll. Du brauchst zu viel Mana. Der Mond. Und nochmal sein Item. Das ist einfach krass. Jetzt habe ich sogar hier Glück. Im Südis. Was mir Ignatius eigentlich nicht getan hat. Dort hatte ich kein Glück. Ich hoffe es geht so weiter. Später brauche ich ja die Items dringende. Also haben wir das auch. Gehen wir nach oben. Nach Fiskal. Oh. Ein Gehstein. Und da rein. Und fels in der Brand. Leggy Lock. Mal schauen, was ich hier mal ein bisschen zurückstellen kann. Ambient. Ambient. Inclusion. Wettereffekte. Abenteuer. Wester Details. Nein. Terran. Objektentfernung. Terran. Multitextu. Wie viel von du boten textu. Veranstaltungen. Ne. Ne. Starten. Ja. Sieht jetzt. Bisschen schlechter aus. Habe ich das Gefühl. Aber nicht viel. Komm schon. Hallo? Lecky, gestampelt. So, weiter geht's. Hallo? Ja, ich will keine Hörscher an. So. Ah, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Es ist nur ein bisschen weniger grün. Sonst ist die Sichtweite eigentlich gleich geblieben. Ja. Okay, aber immerhin drei FPS mehr bringt es ja extrem. Okay. Aber immerhin keine Legs. So. Da drinnen. Okay. Jetzt da drüben. Noch kurz hier die zwei Enden. So. Na ja, gute Form bekommen wir noch nicht. Später geben wir die Quiz recht gute Form. Im Gegensatz zum Leveln von Gegnern. Komm bitte Level Up. Ja. Die gibt gar nicht die Form. Ah, die ist gar noch nicht zu Ende. Da drinnen. Da drinnen. Yay. Ich habe zwar gar nicht gedrückt, aber ja, lassen wir's. umso besser. Umso besser. Also. Ähm. Der Stab der Schatten. Oder dieser Stab der Schatten. der Treffer Chancen. Plus acht. Plus fünf und feuer Schatten. Plus drei gibt auch acht. Den, stopp. Und den legen wir wieder raus. Gut. Tränen, Beschwörungen, materielle Bindung, Gesundheit, ist jetzt zwar nicht wichtig, aber wir nehmen es trotzdem. Und leveln hier noch Samy Drachen Loot, dann können wir nicht, weil dann der Stab, so. Dann können wir noch kurz zu den Klamotten gehen und die Sachen verkaufen. So, Klamotten, naja, und die Frau. So, Klamotten. So, Klamotten. Iron Faving. So, Klamotten. Wieder 9100 verdient. Gut. Königliche Turban 48. 40. 48. 48. 56. 48. 44. Okay. Handeln, verkaufen. So, haben wir das auch. Oh, sexy. Handeln, verkaufen. Fahnen, wenn wir das nicht. Okay. Die 400. Wolle. Wolle. Was ... sie ... sie werden. Ich bin dieser Da. Was sie lassen, sie. So, ja. Okay. Und ich bin dieser Da. Ding. Ein bisschen sehr. Ich bin dieser Da. Ja, leider bin ich ein bisschen verkältet, aber ja, so ist es nun mal, wenn man mit dem T-Shirt draußen rumläuft bei minus 3 Grad. Nicht gerade sehr intelligent gewesen, aber ich wollte einfach mal trainieren, mal die Klamotten raus aus diesen dicken Klamotten. Ich muss gar nichts mehr klicken. Es geht einfach so. So. Zoom alleys, ähm, noch mit den paar reden. Jetzt dort ein. Komische Quests, das auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ach, komm schon. Oh, die Nerven diese Kests. Ja, noch rein. Nicht mal viel Erfahrung bekommen. So, wir nehmen nämlich jetzt diese Kests an. Die ist jetzt einfach weiter weg aus den Anden. Die sind ungefähr gleich noch. Und dann können wir gleich hier hinten durch. Ähm, ich sehe eine Ortsungabe. Ja, wir gehen zurück. Ja, mhm. Der Stein des Nicht-Weite-Kommens. Ich bin einfach mal ein Leckestein und... Ja. Ich habe mich festgesetzt. Ah, in der Bibliothek. Kommt die eigentlich von hier auch? Ja. Das Buch kann man auch so nehmen. Ich habe 25 FPS und es leckt. Was ist denn los? Switch Strand. Gehen wir noch zum Switch Strand, weil wir schon hier sind. Un-Alasis-Totet-4-Ork. Was machen wir das zuerst? Weil hier sind schon die Orks irgendwo. Wenn sie nur irgendwo erscheinen würden. Da zwei Orks. Verschwörung des Dämonen. Verschwörung des Dämonen. Ja, jetzt kommt immer, jedes Mal eine Zahl, die erscheint plus zu erleben oder was. Hm. Der Dämonen wird auch ein bisschen stärker wahrscheinlich durch das Level oder so. Keine Ahnung. Danke noch für den Jan. Und jetzt kommt hier. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, vernehm' den Gegner. Schildern. Okay. Und hier, was müssen wir töten? Ah, das ist noch Weißstand. Ein Bötchen. Der Sound vom Strand geht immer wieder rein und aus. Könnte man hier drauf springen? Jees, geht's jetzt nicht. So, winziger Steinkohlempfer. Also das muss ich an den Südstrand. Ja. Okay. Ich muss leider um 8 Uhr zum Doktor. Ja, nicht wegen der Erkältung, sondern wegen Krankheiten. Aber danach nehme ich wieder auf. Und ja. Also. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bitte liked das Video. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.